Das Geneo ist eine einzigartige Plattform für Gesichtsbehandlungen mit einem außergewöhnlichen und innovativen Behandlungskonzept. Es kombiniert Sauerstoff, Mikrodermabrasion, Radiofrequenz und Ultraschalltechnologie in einem Gerät. Und zwar so, dass sie sehr effizient miteinander kombiniert werden können, um passende Lösungen für verschiedene Hautprobleme und im Anti-Aging zu bieten. Die Idee liegt darin, dass die natürlichen Verjüngungsprozesse in unserem Körper, also in unserer Haut, von außen und innen aktiver gefördert werden, nicht invasiv und ohne die Haut zu schädigen. Auf die Art lassen sich beeindruckende Ergebnisse mit Soforteffekt erreichen, was natürlich auch in medizinischen Studien nachgewiesen wurde. Die erste wirklich absolut überragende Technologie ist natürlich das Oxygeneo-Handstück. Dabei wird in einem Arbeitsschritt erstens die Haut und zwar von innen heraus mit Sauerstoff versorgt, zweitens alte Haut wird abgeschliffen und drittens werden aktive Wirkstoffe in die Haut eingeschleust. Wie funktioniert das Ganze? Zunächst wird für jeden Kunden ganz individuell ein spezieller Oxy-Pot-Kopf mit verschiedenen Wirkstoffen auf das Handstück aufgesteckt. Und gleichzeitig wird auf die Haut ein spezielles Kontaktgel aufgetragen. Und jetzt bei der Behandlung reagieren diese dann miteinander. Auf der Haut. Die Oxypots enthalten im trockenen Schwebezustand eine einzigartige Kombination von Wirkstoffen, die erst aktiviert werden, wenn die Köpfe während der Anwendung das Kontaktgel auf der Haut berühren. Und das ist echt genial. Denn damit ist es endlich möglich, auch solche Wirkstoffe effektiv in die Haut zu bringen, die sonst im flüssigen Zustand, also in Cremes zum Beispiel, nach sehr kurzer Zeit ihre Wirkung verlieren würden. Und das ist wirklich genial und revolutionär. Zweitens erzeugen die Oxypots feine CO2-Bläschen an der Oberfläche. Was dazu führt, dass die Haut durch den sogenannten Boa-Effekt von innen heraus über das Hämoglobin aktiver mit Sauerstoff versorgt wird, um eine bessere Zellatmung zu erreichen. Das kann man wie mit Muskeln beim Sport vergleichen, die mehr Energie benötigen. Und drittens, wenn sich die Köpfe langsam auf der Haut auflösen, entwickeln sie sofort eine raue Oberfläche und schleifen so sanft abgestorbene Hautzelle an. Das heißt, wir reinigen und erfrischen die Haut, was zu einer feineren Hauttextur und einer besseren Aufnahme von Wirkstoffen führt. Die nächste Technologie ist die tripulare Radiofrequenz. Sie erzeugt durch elektromagnetische Felder Wärme in der Haut. Dadurch wird die Kollagen-, Elastin- und Hyaluronproduktion stimuliert, mit dem Ziel, die Haut straffer, voller und jünger aussehen zu lassen. Die Besonderheit hier bei der neuesten Tripolar-Generation ist, dass der Strom extrem schnell zwischen den vier Kontaktpunkten wechselt und so eine gleichmäßige und schmerzfreie Wärme erzeugt. Und gleichzeitig wird mit dem fünften Kontaktpunkt in der Mitte permanent die Hauttemperatur gemessen, um immer ganz einfach die optimale Zieltemperatur von ca. 40 Grad zu erreichen. Und die dritte Technologie ist Ultraschall. Ultraschall sind im Grunde extrem schnelle Schwingungen, die für kurze Zeit kleine Zwischenräume zwischen den Hautzellen öffnen, um so Wirkstoffe und Seren, die man auf die Haut aufträgt, besser in die Haut einzuschleusen. Deshalb gibt es zu jedem Behandlungskitter ein passendes Serum, was die zuvor erzielten Vorteile ergänzt und vervollständigt, indem es die Haut mit weiteren passenden Wirkstoffen zum Abschluss versorgt. Mit der gesamten Geneo-Technologie und den wirksamen Inhaltsstoffen sind sehr vielseitige, sichere und wirkungsvolle Anwendungen möglich, bei der die Haut gereinigt, versorgt und aufgebaut wird. Und das ist das Geheimnis, warum die Begeisterung in den Medien für das Geneo weltweit immer mehr zunimmt. Und natürlich, warum auch unsere Kunden es so sehr lieben. Und wenn Sie Beauty-Profi sind und sich auch für dieses Gerät interessieren, dann vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren kostenlosen Präsentationstermin für einen unverbindlichen Test. Wir freuen uns auf Sie!